Hallo Freunde, analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Rezension hier bei Hunter & Krohn und heute geben wir uns das große, dicke, hübsche Rising Sun, Spiel von Eric M. Lang, illustriert von Adrian Smith und es ist, man muss es sagen, der inoffizielle, fast schon offizielle Nachfolger von Blood Rage, ein opulentes Area Control Spiel mit opulenten Miniaturen, diesmal halt nicht in der nordischen Mythologie angesiedelt, sondern im feudalen Japan, aber eben auch wie Blood Rage mit Monstern, mit viel mythologischem Anteil. Mystisches Japan der Feudatzeit. Genau, mystisch, also nicht wirklich historisch, sondern eher mystisch. Also etliche Parallelen, aber man muss ganz klar sagen, nicht etwa genau das gleiche Spielprinzip, nein, sondern es gibt hier eine Menge Unterschiede zu Blood Rage, ganz am Anfang hieß es ja auch mal, das ist ja wirklich ein komplettes Diplomatie-Spiel, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, es ist immer noch ein Area Control Spiel, es ist immer noch ein Kampfspiel, es geht immer noch darum, möglichst geschickt hier Regionen zu kontrollieren, aber wie das geschieht und mit was wir da für Möglichkeiten haben, wie der Kampf funktioniert und es gibt eben auch einen großen Diplomatie-Anteil, das ist alles neu, dazu auch noch Ehre und so weiter und so fort. Und ja, was das jetzt im Einzelnen alles, wie das im Einzelnen funktioniert, das erkläre ich jetzt Krohn, schön ausführlich und danach gibt es natürlich wieder ein Fazit. Rising Sun wird in Jahreszeiten gespielt, eine Jahreszeit ist letztlich eine Runde, das heißt wir spielen vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wobei der Winter letztlich nur die finale Schlussabrechnung ist. Es sind also drei lange, dicke Runden und der Winter ist letztlich nur noch die finale Schlussabrechnung und dann findet man raus, wer ist denn jetzt hier der neue, mächtigste Clan im feudalen Japan und auch das wird dann einfach ermittelt, wer die meisten Ruhmispunkte, Siegpunkte bis dahin eingeheimst hat. Wie gesagt, also drei Jahreszeiten, in denen wir unseren Clan möglichst gewinnbringend hier über die Regionen dieser Japan-Karte hier verteilen und diese Runde besteht dann immer aus mehreren Schritten, das geht immer los mit einer sogenannten T-Zeremonie, wo sich die Clans treffen oder kann man dann untereinander verhandeln und ein Bündnis eingehen, wenn man mag und kann dafür natürlich auch Sachen in den Raum werfen, in die Waagschale werfen, kann Angebote machen, kann sagen, hier, ich gebe dir eine Münze, wenn du mir die Regionen Kanzai überlässt und so weiter und so fort, da darf wirklich wild miteinander diskutiert werden und gegebenenfalls dürfen dann auch so Bündnisse zwischen Spielern eingegangen werden, das ist aber ein bisschen mehr als Schall und Rauch, weil wenn zwei Spieler so ein Bündnis eingehen, dann werden denen ihre beiden Ying-Yang-Marker hier so hingelegt und wirklich signalisiert, hier, Spieler Lila und Spieler Grün, Lotus und Schildkröten-Clan, die haben jetzt ein Bündnis und das gilt dann auch erstmal, bis mit Vorteilen, die es mit sich bringt, darüber werden wir noch sprechen, es bringt diverse Vorteile mit sich, ein Bündnispartner zu haben und ein Bündnispartner zu sein, weil man bei Aktionen dann Bonuse abgreift, die wir nachher noch sehen werden und es bringt aber natürlich auch einen Nachteil mit sich, weil man eine bestimmte Aktion, den Verrat, dann nicht für einfach auswählen kann, weil man damit dann seinem Bündnispartner in den Rücken fallen würde. All diese Dinge werden in der T-Zeremonie geklärt und dann geht es auch schon mit der eigentlichen Politikphase des Spiels los, da ziehen wir dann immer reihum, wer dran ist, zieht hier von diesem Stapel mit Aktionsblättchen vier Stück und darf sich jetzt eine dieser Aktionen aussuchen, die wird dann hier in den ersten Slot der Runde gelegt und diese Aktion gilt dann für alle Spieler, wobei aber derjenige, der die Aktion ausgesucht hat, einen Bonus bekommt, wie auch sein Bündnispartner, falls er einen hat, der dann ebenfalls von der Bonusaktion, der ausgewählten Aktion profitiert. Alle anderen Spieler bekommen sozusagen nur die Standardaktion, aber jeder Spieler bekommt irgendwas, das heißt, dass einer sucht aus, aber alle machen letztlich die Aktion. Das passiert dann unterschiedlich oft und dann sieht man, insgesamt wird es in der Runde sieben Aktionen ausgewählt werden. Die Runde wird dann aber noch dreimal kurz unterbrochen, um sogenannte Schreine zu werten. Es gibt nämlich auch eine Möglichkeit, dass wir unsere Krieger eben nicht hier auf dem Feld einsetzen, sondern wir können auch eine bestimmte Art von Figürchen, die wir haben, können wir an einen Schrein entsenden, wo sie dann eine ganze Jahreszeit lang beten wird und wenn wir die Mehrheit an so einem Schrein haben, dann können wir dadurch dann auch wieder Vorteile erringen und das findet dann in der jeweiligen Schreinwertung statt. Also ein Beispiel hier in der ersten Runde würde eine T-Zeremonie stattfinden, dann spielen wir drei solche Politik-Aktionskärtchen, dann werden das erste Mal die Schreine gewertet, es kommen nochmal zwei Politik-Aktionskärtchen, es werden wieder die Schreine gewertet, nochmal zwei Politik-Aktionskärtchen, wieder die Schreine gewertet und dann findet die Kriegsphase statt, dann wird in verschiedenen Regionen auf dieser Japan-Karte Krieg abgehandelt und dann ist die Runde auch schon vorbei und tatsächlich genau in diesem Ablauf finden dann auch Sommer und Herbst statt. Der Winter wie gesagt nicht mehr, weil nochmal zur Erinnerung, der Winter ist letztlich nur noch so eine Schluss-Abrechnungsphase, um den Gewinner zu ermitteln. Diese Reihenfolge der Kriegsprovinzen wird bei der Vorbereitung von der Jahreszeit dann schon festgelegt, das seht ihr auch, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr hier schon so kleine Zahlen an den einzelnen Regionen liegen, das sind sieben Kriege, sieben Regionen, in denen gekämpft wird, das hängt aber mit der Spieleranzahl zusammen, ich habe hier mal für fünf Spiele aufgebaut, mehr ist ja auch im Kunstspiel quasi nicht drin und das bedeutet, in diesen sieben Regionen wird genau auch in der Reihenfolge, wie sie hier am Anfang der Vorbereitung gezogen wurde, dann Krieg geführt, das wissen also die Spieler, die Clans auch schon die ganze Runde über und können sich dann dementsprechend drauf vorbereiten und das wird jetzt in der Kriegsphase abgehandelt, also der erste Krieg würde hier, dem Beispiel in der Region hier stattfinden, dann zwei, drei, vier, fünf und der allerletzte, der siebte, wäre dann hier in der Region Edo und da wir dann eben immer geguckt, sind denn da überhaupt Leute da, die um diese Region kämpfen, ist da nur ein Spieler vertreten, dann gewinnt er natürlich automatisch den Kampf, sind da zwei Spieler vertreten, aber sind Bündnispartner, dann gewinnt einfach der den Kampf, der stärker ist und erst dann, wenn zwei Spieler oder mehr Spieler in einer Region vertreten sind, die keine Bündnispartner sind, kommt es wirklich zum Krieg und dafür gibt es dann nochmal eine ganz eigene Mechanik, die werden wir nachher noch im Detail erklären. So viel sei schon mal gesagt, es hat hier nichts mit Würfeln oder sowas zu tun, sondern man wird letztlich dann im Geheimen hier auf unterschiedliche Kriegsaktionen bieten mit Geld, das man hoffentlich dann für den Krieg auch zur Verfügung hat und nur wer am meisten, heimlich hinterm Sichtschirm wird natürlich das Geld verteilt, wer am meisten auf eine bestimmte Aktion geboten hat, also diese Kriegsaktionen werden dann auch der Reihe nach abgehandelt und nur der meistbietende bekommt die jeweilige Aktion und die kann unter Umständen den Ausgang von so einem Krieg dann nochmal radikal auf den Kopf stellen, also nicht unbedingt nur, weil man der stärkste und die meisten Figuren in der Region hat, ist damit gesagt, dass man den Krieg automatisch gewinnt, weil es hier eben durch diese Kriegsaktionen jede Menge Möglichkeiten gibt, das Ganze nochmal auf den Kopf zu stellen, so dass man auch als Verlierer oder als sterbender Clan durchaus ehrenhaft und mit Ruhmesgewinn wieder aus so einer Niederlage hervorgehen kann, wenn man sich denn geschickt dabei anstellt. Und das Ganze, was ich jetzt hier beschrieben habe, eben mit dieser Politikphase, mit dieser Wertung der Schreine, mit dem Beginn der Tee-Zeremonie und dem Abschluss der Kriegsphase, das werden wir dreimal in voller Länge durchexerzieren und dann werden wir noch abrechnen und dann wissen wir, wer der neue Rising Sun-Herrscher hier in Japan geworden ist. Jetzt werfen wir hier mal einen genaueren Blick aufs Brett von Rising Sun, wie es beim Spielaufbau für fünf Spieler dann aussieht und tatsächlich haben wir hier auch schon diese Vorbereitung der, ja, vom Frühling abgeschlossen. Das bedeutet, hier liegen jetzt schon auch diese Regionen, in denen eben nachher am Ende des Frühlings gekämpft werden wird und die sind auch schon durchnummeriert, hier eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die jeweiligen Zahlen an die jeweiligen Regionen gelegt. Es gibt jetzt hier mehrere Dinge zu sehen, nämlich erstmal, dass zu jeder Region hier so ein Feld mit einer individuellen Belohnung gehört. Also hier sieht man zum Beispiel, bei der Region ist was angeschlossen mit dem Symbol, das ist übrigens das Symbol für Siegpunkte, das ist aufgehende Sonnensymbol. Also zu der Region ist hier was mit drei Siegpunkten zugeordnet. Das sieht man bei der Region hier unten, bei der braunen Shikoku, da sind es zum Beispiel drei Münzen. So hat jede Region schon mal eine eigene Belohnung, die es da im Spielverlauf unter Umständen abzugreifen gibt. Außerdem sieht man natürlich, dass die Regionen verbunden sind, entweder über direkte Landwege oder es gibt auch diverse Seewege. Das ist tatsächlich auch einfach nur ein Bewegungsschritt, so einen Seeweg entlang zu reisen. Man ist da also ziemlich mobil und es gibt gar nicht allzu viele Regionen, um die da gerangelt wird. Ganz hier oben sehen wir die Schreine, die ausgelegt wurden. Die sind auch zufällig bestimmt. Ich habe jetzt hier einfach mal den empfohlenen Schreinaufbau für das erste Spiel genommen. Tatsächlich gibt es da noch ein paar mehr Schreine zur Auswahl. Das heißt, da kann man eben auch in späteren Spielen dann für Abwechslung sorgen. Ein ganz wichtiges Element ist hier links oben die Ehrenleiste. Und zwar wird jeglicher Gleichstand im Spiel anhand dieser Ehrenleiste aufgehoben. Momentan ist der rote Clan, der Koi-Clan, der ehrenhafteste Clan und der Clan hier unten, der Libellen-Clan, ist der unehrenhafteste Clan. Im Laufe des Spiels werden Clane immer wieder Ehre gewinnen oder verlieren und es werden dabei aber nie zwei Clane auf dem gleichen Feld auf dieser Leiste stehen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn der blaue Clan jetzt ein Ehre hinzugewinnen würde, würde sich sein Marker eins nach oben bewegen und dafür der grüne eins nach unten geschoben werden. Das bedeutet, es ist immer ganz klar zu erkennen, eine klare Reihenfolge, welcher Clan ist der ehrenhafteste, welcher der unehrenhafteste. Und das hört sich gar nicht so dramatisch an mit Gleichstände auflösen, aber das ist hier in Rising Sun tatsächlich an vielen Orten eine wichtige Sache und da möchte man dann tatsächlich oft gerne der ehrenhafteste Clan sein. Wobei man natürlich, wenn man der unehrenhafteste aller Clans ist und eh nichts mehr zu verlieren hat, kann man das vielleicht unter Umständen auch zu seinem Vorteil ausspielen. Hier ist dann eben, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, der Ablauf von der Runde, wo man hier sieht, T-Zeremonie, dann drei Politik-Kärtchen, erstes Mal Schreine werden, nochmal zwei Politik-Kärtchen, Schreine werden, nochmal zwei Politik-Kärtchen, Schreine werden und dann hier die Kriegsphase und dann ist eine Jahreszeit auch vorbei. Außerdem sieht man natürlich, dass zur Grundaufstellung gehört, dass jeder Spieler hier schon in seiner Startregion zwei Figuren stehen hat. Das ist einmal die Figur mit dem schwarzen Sockel, von denen hat jeder Clan nur einen einzigen, das ist der Daimyo, der Anführer unseres Clans sozusagen, der bestimmte Vorteile genießt gegenüber anderen Figuren. Dann die hier ohne Sockel, das sind die ganz normalen Bushis, die ganz normalen Fußsoldaten, die einfach in der Region unterwegs sind, um sie entweder zu halten oder halt um neue zu erobern. Außerdem sieht man zum Startguthaben gehört auch noch so eine Festung im eigenen Land. Die sehen bei allen Spielern gleich aus, nur beim Schildkröten-Clan. Der hat so bewegliche Schildkröten als Festung, aber über die Spezialfähigkeiten reden wir noch. Und dann, was man hier momentan nicht sieht, ist, es gibt noch eine dritte Figurenart, die sogenannten Shintos, zu erkennen an den weißen Sockeln. Die können auch entweder in der Region rumlaufen und kämpfen wie ein Bushi oder die kann man eben auch zu den Schreinen entsenden, damit sie da dann eine Jahreszeit lang beten und hoffentlich mit einem Boni von der jeweiligen Gottheit zurückkehren. Wichtig ist, dass jede Figur, egal wie schick und toll sie aussehen mag, generell erstmal nur eine Stärke hat. Das kann dann später mit Monstern, die wir anwerben können und die dann auch einfach zu unserer Einheit gehören. Dafür gibt es farbige Sockel, mit denen wir die dann markieren könnten. Also wenn ich das Monster hier anwerbe, zack, bekommst du einfach so einen Sockel. Aber erstmal, wenn auf der Karte des Monsters nichts anderes steht, ist das auch nur eine Einheit mit Stärke 1. Wobei natürlich die Monster haben in der Regel alle irgendwelche Spezialeffekte. Aber das darf man nicht vergessen. Generell ist auch ein Daimyo oder ein Bushi, die sind erstmal 1 stark. Der Daimyo hat andere Vorteile. Der kann zum Beispiel ja nicht als Geisel genommen werden. Bevor ich die Runde im Detail erkläre, nochmal kurz ein Hinweis. Besprechungen und Absprachen sind wirklich ein wichtiges Element hier bei Rising Sun. Es ist nicht so, dass man nur in der T-Zeremonie miteinander sprechen darf und irgendwelche Versprechungen oder Bündnisse eingehen. Also das Bündnisse eingehen ist speziell ja auch mit Regeln verbunden, mit diesem, dass man dann eben diese Yin-Yang-Marker zusammenlegt. Es geht wirklich nur in der T-Zeremonie. Aber andere Absprachen sind natürlich im Laufe des Spiels auch möglich. Hey du, wenn du jetzt nicht nach Oshu gehst, dann kriegst du von mir zwei Münzen. Wenn du mir hier in dieser Aktion im Krieg nachher Geißeln nehmen überlässt, dann überlasse ich dir Ronin anheuern. Wenn du jetzt in die Küche gehst und mir eine Pizza machst, dann kannst du Shikoku haben. Ob das letzte Beispiel wirklich regelgetreu ist, weiß ich nicht. Aber letztlich, warum denn nicht? Weil all diese Absprachen, die sind nicht bindend. Ihr könnt natürlich jederzeit so eine Absprache brechen. Ihr könnt euch drei Münzen geben lassen und versprechen, euch aus Oshu fernzuhalten und in der nächsten Sekunde, nachdem ihr die drei Münzen eingesetzt habt, mit all euren Einheiten in der nächsten politischen Aktion in Oshu einmarschieren und da dann im Krieg heftig mitmischen. Das ist alles absolut nicht bindend. Das Einzige, was in gewisser Hinsicht ein bisschen bindend ist, sind diese Bündnisse, die während einer Tee-Zeremonie getroffen werden. Und damit beginnt eben auch eine jeweilige Runde mit dieser Tee-Zeremonie. Da kann man auch schon so Sachen sagen wie hier, ich gebe dir meine Münze, bitte im Frühling aus, was weiß ich, aus Nagato fernhalten. Aber, nochmals zur Verdeutlichung, sobald sich jetzt hier zwei einigen und sagen, komm, lass uns mal im Bündnis eingehen, wir profitieren voneinander. Ich habe das Gefühl, du hast andere Interessen als ich, zumindest jetzt im Frühling. Da kommen wir jetzt nicht in die Quere, da können wir uns eher unterstützen und profitieren ja dann auch von den jeweiligen Bonus-Aktionen, wenn der andere was auswählt und, und, und. Und dann wird man da sich vielleicht einig und dann legt man hier seine Yin-Yang-Marker zusammen und signalisiert damit auch für die anderen Spieler, dass diese beiden Clans jetzt zumindest für diese Jahreszeit einen Pakt haben. Denn solange den Pakt, dieses Bündnis, keiner bricht, ist das jetzt automatisch bis zur nächsten Tee-Zeremonie aktiv. Bei der nächsten Tee-Zeremonie, also beim Beginn des Sommers in dem Beispiel, werden alle Bündnisse wieder gebrochen und es wird komplett neu verhandelt. Das kann sich auch die Ausgangslage völlig verändert haben, weil ich jetzt ganz andere Interessen habe und vielleicht gar nicht mehr befreundet sein möchte mit dem Mitspieler, mit dem ich gerade eben im Frühling noch befreundet war. Aber es gibt natürlich, wie wir sehen, durchaus auch die Möglichkeit mit der Aktion Verrat, wenn man einen Spieler, der einem Bündnis angehört, wie wir nachher sehen werden, die Aktion Verrat auswählt, dann wird dem sein Bündnis automatisch gebrochen und das geht dann natürlich auch zulasten der Ehre dieses Clans, der das Bündnis bricht. Ja, die Tee-Zeremonie kann erschreckend kurz sein, weil es die Spieler ist schon, was weiß ich, hier der Vater spielt mit seinem Sohn und der Mann mit seiner Frau und der Kumpel mit seinem anderen Kumpel, keine Ahnung. Oder aber da wird lange diskutiert und man trinkt wirklich Tee und streitet sich und das ist tatsächlich wahrscheinlich von Runde zu Runde unabhängig und da gibt es auch kein Reglement, wie lange das jetzt dauern darf. Es ist halt so, auch mal darauf hingewiesen, in der Runde zu fünft kann es natürlich nur zwei Bündnisse geben und ein Spieler wird automatisch in die Röhre gucken, weil dem sein Marker bleibt übrig und er kann mit keinem Spieler mehr zusammenfügen. Das kann dann ja ein Vor- und Nachteil sein. Jedenfalls irgendwann sind dann all diese Verhandlungen hoffentlich abgeschlossen und dann kommen wir zur eigentlichen Aktionsphase des Spiels, Politikphase. Was ich jetzt hier im Detail nicht mehr erklärt habe, ist, was natürlich auch mit dazu gehört, ist diese Vorbereitung der Runde. Ich sage es hier noch einmal, da werden diese Regionskerzen hier gemischt und hier zufällig gezogen und das definiert die Reihenfolge der Kämpfe und überhaupt auch die Orte, an denen Kämpfe stattfinden in der Kriegsphase. Das wird dann, hier liegen jetzt quasi die für die erste Region, ich zeige euch das mal, von der Rückseite sehen die quasi alle, zeige euch das mal, von der Rückseite sehen die quasi alle gleich aus. Das sind einfach nur für das zweite Jahr und das gleiche gibt es für die dritte Jahreszeit, für die zweite Jahreszeit und die werden dann halt einfach gemischt und verteilt und aufgedeckt und dann wird immer durch Zufall entschieden, in welchen Regionen denn wirklich gekämpft wird. So, das war es jetzt wirklich mit Vorbereitung und T-Zeremonie, jetzt gehen wir zur Politikphase mit ihren Aktionen über. Nochmal ganz kurz als Einschub, bevor es jetzt richtig losgeht mit den Aktionen, weil ich die Vorbereitungsphase jetzt zu kurz abgehandelt habe, dazu gehört natürlich auch, dass die Spieler Geißeln freilassen müssen, die sie eventuell nach aus dem Krieg, aus der vorherigen Jahreszeit haben und die Spieler bekommen Einkommen, das ist auf ihrem Tableau angegeben, ich zeige euch mal eins, auf ihrem Sichtschirm angegeben, da rechts oben steht drin, wie viel Einkommen der Spieler eben pro Jahreszeit bekommt und dann schnappt man sich einfach so viele Münzen und das ist dann der Vorrat, mit dem das Ganze losgeht. Außerdem werden noch die zur Jahreszeit gehörenden Karten ausgelegt, also wenn wir jetzt im Sommer spielen würden, würden wir dann die Sommerjahreszeitenkarten auslegen und die restlichen Frühlingskarten abräumen und im Herbst dann eben die Herbstkarten und die restlichen Sommerkarten abräumen. Der Spieler, der das Plätzchen gewählt hat, darf sich wie gesagt die Karte hier zuerst aussuchen und spart auch noch eine Münze. Ich wollte es hier nur mal zeigen, was für Kartenarten es überhaupt so gibt. Es gibt blaue Karten, das sind Tugenden, das sind Karten, mit denen man Siegpunkte generieren kann. Es gibt auch noch hellblaue Karten, das sind dann Karten, mit denen man bei Spiel Ende Siegpunkte bekommt, aber generell blau kann man so ein bisschen sich im Hinterkopf vermerken, hat was mit Siegpunkten zu tun, zum Beispiel hier, wenn ich mir für zwei Münzen die Tugend Rechtschaffenheit hole, dann bekomme ich ab jetzt für das restliche Spiel für jede deiner Figuren, die besiegt wird, erhältst du eine Ehre. Oder hier, wenn ich mir Güte kaufe für eine Münze, auch eine Tugend, wenn ich jetzt Münzen ausgebe, dann kann ich einem anderen Spieler eine von diesen Münzen geben, um sowohl Ehre als auch zwei Siegpunkte zu erhalten. Also das ist schon auch ein sehr starker Effekt. Ich gebe zwar jemand anders eine Münze, aber ich kriege halt auch eine Menge dafür zurück. Dann braune Karten sind immer Monster. Hier im Frühling haben wir zum Beispiel jetzt einmal hier den Kaimainu, der gilt als Shintu, also ist auch nur eins stark, auch wenn er beeindruckend aussieht, diese Löwe, aber er ist auch nur eins stark, aber er ist ein weiterer Shintu, das heißt man könnte auch diesen Löwen zum Beten an die Schreine entsenden. Dann haben wir hier noch Oni, der Schädel, auch ein Monster, der hat, steht hier drauf, Stärke 3, wenn du die wenigste Ehre in der Provinz hast. Also da wird es tatsächlich plötzlich auch spannend, dann mal unehrenhaft zu sein, weil dann der dicke Brügler hier richtig reinhaut und wenn man ehrenhaft ist, dann ist der auch nur so stark wie jede andere Figur, nämlich 1. Dann gibt es rote Karten, die die Kriegskunst betreffen, hier im Frühling haben wir jetzt als Beispiel gerade den Weg des Shoguns für zwei Münzen, da bekommt man dann in jeder Kriegsphase drei Münzen, also einmalig zu Beginn der Kriegsphase, nicht in jedem der sieben Kämpfe, sondern einmalig, wenn die Kriegsphase beginnt, erhält man dann das hier, was hier drauf steht. Dann gibt es noch grüne Karten, das sind sogenannte Aufwertungen, wir haben hier zum Beispiel einmal den Pfad des Lichts für eine Münze, das ist eine Shinto-Aufwertung, da heißt es, am Ende jeder Rekrutierung kannst du einen Shinto aus deiner Reserve zu einem Schrein entsenden, also mit der Karte wird man auch deutlich mehr Leute zum Beten schicken können, als jemand, der den Pfad des Lichts nicht bestreitet. Ganz umsonst gäbe es sogar den Pfad des Löwen, kostet gar nichts, aber man muss, natürlich kann sich die Karte nicht einfach nehmen, sondern wie gesagt, man kommt natürlich nur über die Aktion Ausrüstung an solche Karten ran. Das ist eine Daimyo-Aufwertung, da heißt es dann einfach, dein Daimyo hat plus 1 Stärke, dann ist er plötzlich 2 stark. Hier haben wir noch den Pfad des Kenin, auch für 2 Münzen, eine Bushi-Aufwertung, da heißt es, nachdem du aufgestellt hast, kannst du einen weiteren Bushi in einer deiner Festungen aufstellen, das heißt, mit der Karte bekomme ich dann auch noch schneller und mehr Einheiten als die anderen Spieler aufs Brett. Und natürlich gibt es, das hatte ich ja schon erwähnt, dann für jede Jahreszeit einen eigenen Satz Karten, für den Sommer dann nochmal und für den Herbst und das habe ich noch nicht gesagt, es ist auch noch so, dass es da verschiedene Sätze an Karten gibt. Es gibt immer ein paar Grundkarten, aber dann insgesamt noch 3 verschiedene markierte Decks. Wir haben jetzt hier das Tori-Deck, erkennt man an diesem Tor-Symbol, aber es gibt noch 2 andere, das eine hat irgendwie so eine T-Kanne drauf und das dritte, ich weiß gar nicht, was das genau sein soll, so ein Ronin-Reiter. Jedenfalls 3 verschiedene Kartensets, mit denen man dann auch noch da Varianz bei den Jahreszeitenkarten mit reinbringen kann. Jetzt aber, die Politikphase, wir kommen endlich zu den Aktionen, das geht damit los, dann schaut man nochmal auf die Ehrenleiste, wer ist denn gerade der ehrenhafteste Spieler hier in der allerersten Phase im Frühling, geht es mit dem nämlich los, das ist der Koi-Klan und der zieht jetzt hier, das sind die Aktionsplättchen, die wurden gemischt, da zieht er sich 4 Stück, die schaut er sich im Geheimen an und sucht sich jetzt eine davon aus, die er ausführt und die ausgeführte Aktion legt er dann einfach hier offen aufs erste Feld und die Aktion wird jetzt von allen gespielt und zwar immer zum Vorteil des Koi-Spielers, also wenn es in den meisten Aktionen ist es dann so, dass der, der sie ausgewählt hat als letztes drankommt, weil es ein Vorteil ist, zum Beispiel beim Rekrutieren oder beim Bewegen, man sieht ja, was die anderen Spieler machen und kann dann als derjenige, der die Aktion ausgewählt hat, als letzter Spieler darauf reagieren. Bei der einzigen Aktion, wo es von Vorteil ist, Erster zu sein, nämlich beim Auswählen einer dieser Jahreszeitenkarten, da ist man dann natürlich, wenn man die Aktion auswählt, auch der erste. Werden wir es aber gleich sehen, wenn wir die Aktion der Reihe nach durchgehen. Los geht's mit der Rekrutierung. Rekrutierung bedeutet, dass alle Spieler, also nicht nur der, der das Plättchen ausgewählt hat, wirklich alle, dürfen bei ihren Festungen eine neue Figur aufstellen. Also am Anfang hat jeder Spieler nur eine Festung, also würde dann jeder Spieler auch nur eine Figur ins Spiel bringen. Hat man aber mehrere Festungen schon aufs Feld gebracht, kann man mit einer Aktion Rekrutierung natürlich auch mehrere Figuren mit der gleichen Aktion aufs Feld bringen. Und der Bonus für denjenigen, der die Aktion ausgewählt hat und für seinen Bündnispartner, falls er einen hat, ist, er darf eine zusätzliche Figur aufstellen. In der Regel ist dann natürlich so, dass die Figur dann einfach dahingestellt werden muss, wo man auch seine Festung hat. Es ist aber so, wenn man einen Shinto aufstellen würde, ich erinnere nochmal dran, das sind die Figuren mit dem weißen Sockel, dann kann man ihn entweder in der Provinz lassen, wo man ihn gerade aufgestellt hat oder man entsendet ihn weiter zu einem der Schreine. Ich würde vielleicht einfach mal hier mit Spieler Gelb jetzt zu tun, das hätte ich dann hier einen hingestellt. Das ist dann vielleicht für nachher relevant, wenn wir die Schreine abwehren. Das war es schon mit der Rekrutierung. Mit der Rekrutierung bekommt man einfach neue Figuren aufs Brett. Die zweite Aktion, die ich zeigen möchte, ist die Aktion Marsch. Da ist es wieder so, alle Spieler dürfen jede ihre Figuren, wenn sie möchten, in eine benachbarte Region bewegen. Genauso wie bei der Rekrutierung kommt auch hier derjenige, der die Aktion ausgewählt hat, zuletzt ran, weil man dann eben darauf reagieren kann, was die anderen Spieler tun. Also wird reihum, wenn jetzt Spieler Rot die Aktion ausgewählt hätte, würde hier Spieler Lila anfangen und dürfte zuerst seine Figuren bewegen, wenn er mag und ganz zuletzt kommt dann Spieler Rot selber und bewegt auch seine Figuren, wenn er mag, in irgendwelche Regionen, um halt da dann vielleicht die Mehrheit oder sonst irgendwas zu haben oder einen Krieg vorzubereiten da wird man schon irgendwas im Kopf haben, warum man den Marsch auswählt. Der Bonus der Aktion für denjenigen, der das Plättchen ausgewählt hat und für seinen Bündnispartner, wenn er einen hat, ist, er darf drei Münzen ausgeben, um eine neue Festung zu errichten. Und wir erinnern uns, Festungen sind wichtig, um bei der Rekrutierung mehr Figuren gleichzeitig aufs Spielbrett zu bekommen. Die dritte Aktion, die ich zeigen möchte, ist die Aufrüstung. Da ist es so, dass derjenige, der das Plättchen ausgewählt hat, auch anfangen darf, weil man da anfangen möchte. Aufrüstung bedeutet, man darf sich jetzt eine der Jahreszeitenkarten kaufen. Der Bonus ist auch ganz einfach erklärt. Derjenige, der die Karte ausgewählt hat und seinen Bündnispartner, falls er einen hat, die sparen einfach eine Münze beim Kauf dieser Jahreszeitenkarte. Die nächste Aktion, die ich zeigen möchte, ist die Ernte, hier das grüne Plättchen. Das ist vermutlich die Aktion, wo es das stärkste Gefälle, also den drastischsten Unterschied gibt zwischen demjenigen, der das Plättchen ausgewählt hat und seinem Bündnispartner, falls er einen hat, und allen anderen Spielern. Weil, was alle bekommen bei der Ernte, ist einfach nur eine Münze. Mehr nicht. Was aber der bekommt, der das Plättchen ausgewählt hat und sein Bündnispartner ist, in allen Regionen, wo er momentan die meiste Stärke hat, den Bonus der jeweiligen Region, also jetzt ganz einfach, nehmen wir mal an, hier Spieler Lila, der Lotus-Clan, hätte jetzt gerade das Plättchen ausgewählt, er ist eindeutig in Nagato der stärkste, er hat hier Stärke 2, 1, 2 und sonst ist überhaupt kein Spieler da. Das bedeutet, er bekommt hier den Bonus, den Ernte-Bonus der Region, in dem Fall ist es eine Münze, ein Siegpunkt und ein Ronin-Plättchen, die nachher auch in der Kriegsphase von Nutzen sein. Im Idealfall hat natürlich Spieler Lila, der Lotus-Clan, hier schon vorher sich irgendwie geschickt aufgestellt und bewegt, vielleicht sogar noch mehr Figuren aufs Brett gebracht, zum Beispiel, wenn es hier rüber gelaufen wäre und da ist sonst niemand, hat er jetzt allein mit Stärke 1 hier die Mehrheit, kriegt den Bonus und mit Stärke 1 hier die Mehrheit, weil hier sonst auch keiner ist und würde dann, das seht ihr wahrscheinlich gerade nicht im Bild, aber der Bonus von der Region hier sind drei Siegpunkte, die würde er dann mit einer Ernteaktion und die beiden Regionen ernten, bekommt das ganze Zeug und die anderen Spieler bekommen nur eine einzige Münze. All diese Aktionsplättchen sind zweimal im Stapel vorhanden, genauso wie die letzte Aktion, die wir jetzt noch vorstellen müssen, der gefürchtete Verrat. Wenn ein Spieler Verrat auswählt, dann wird sein Bündnis aufgelöst. Wenn er einen Bündnispartner hat, dann verliert er ihn jetzt, ganz gleich, ob der Verrat diesen Spieler überhaupt trifft oder nicht. Also sobald ein Bündnispartner Verrat als Aktion auswählt, ist sein Bündnis Geschichte und der Spieler, der den Verrat begangen hat, wird auch Ehre verlieren. Ganz klar, außer natürlich, er ist Spieler gelb, ist eh schon der Letzte, dann kann er natürlich keine Ehre mehr verlieren. Und Verrat ist auch noch in doppelter Hinsicht schlimm, weil tatsächlich nur der Spieler, der dieses Plättchen ausgewählt hat, bekommt was dafür. Er kann jetzt zwei Figuren auf dem Spielplan gegen Figuren von sich selbst austauschen. Es muss aber eine Figur der gleichen Art sein. Also ich kann einen Shinto nur gegen einen Shinto austauschen und übrigens auch dann nur, wenn er irgendwann, wenn er in der Region hier unten steht, sobald die zu den Schreien entsendet werden, sind die auch immun dagegen. Ich kann natürlich einen Bushi austauschen, ich kann aber auch einen Monster austauschen. Ein Monster gegen ein anderes Monster wäre auch ein Austausch, den ich mit so einem Verrat begehen kann. Wichtig ist, ich darf nicht zwei Figuren vom gleichen Spieler mit dem Verrat austauschen. Ich kann jetzt nicht, ich mache wieder das Beispiel, der Lotus-Clan hat den Verrat gewählt und möchte jetzt beide grünen Figuren gegen Lotus-Clan-Figuren austauschen. Das geht nicht. Diese zwei Figuren müssen von zwei verschiedenen Clans kommen und auch hier kann jetzt natürlich auch wieder blutig verhandelt werden. Da kann jetzt anfangen, Spieler grün zu schreien und anzubieten, um Gottes Willen, wenn du mich mit deinem Verrat in Ruhe lässt, Lotus-Clan, dann gebe ich dir drei Münzen und verspreche dir, dich nie wieder anzugreifen oder sonst irgendwas. Der Verrat, wirklich gefürchtet, aber nicht vergessen, man verliert seinen Bündnispartner und deswegen ihn am Anfang der Runde auszuwählen, bedeutet, dass man natürlich nicht nur diese Ehre verliert, das ist vielleicht verkraftbar, sondern man bekommt ja auch nicht mehr den Bonuseffekt, wenn der Bündnispartner irgendeine Aktion auswählt und das kann mitunter fast noch schmerzlicher sein, als der Verlust an Ehre. Noch eine Sache zum Verrat, weil es vielleicht nicht ganz deutlich wurde, Shinto-Figuren, die zu Schreinen entsandt wurden und Daimyo-Figuren sind immun gegen Verrat. Also mein Beispiel hier war nicht wirklich gut gewählt, weil die beiden grünen Figuren, die hätte ich natürlich gar nicht austauschen können, weil hier ist ein Daimyo von Spieler grün, der ist sowohl gegen das Geißelnehmen immun als auch gegen den Verrat. Den hätte ich sowieso nicht austauschen können mit der Aktion Verrat. Jetzt habe ich ja hier schon insgesamt im Beispiel fünf Aktionsplättchen hingelegt, das heißt eigentlich werden wir jetzt schon bei der zweiten Schreinwertung angelangt, schon nach den dritten Kärtchen wären das erste Mal diese Schreine hier gewertet worden und um damit das Beispiel ein bisschen anschaulicher zu machen, stelle ich mal kurz noch was hin, tue so, als hätte der Koi-Clan hier noch einen zu dem Schrein hier entsandt, aber das hat der Bonsai-Clan nicht auf sich hitzen lassen und hat hier auch noch mal einen hochgeschickt, ja und dann machen wir vielleicht Spieler Blau. Also jetzt ist es wirklich ziemlich voll, aber es könnte natürlich so aussehen. Jetzt gehen wir nämlich die Schreine auch von links nach rechts durch und sehen, da wird sich dann einiges dadurch verändern, weil hier ist ganz klar, Spieler Gelb hat hier die Mehrheit und die Belohnung dieses Schreins ist, dass Spieler Gelb jetzt die meiste Ehre bekommt. Also wenn man hier die Mehrheit hat bei der Schreinwertung, dann wird man der ehrenhafteste Spieler, das bedeutet, Spieler Gelb würde jetzt ganz nach oben kommen und alle anderen würden eins runterrutschen und dann sieht es schon beim nächsten Schrein eben so aus, hier ist es nicht wichtig, hier ist nämlich Spieler Blau alleine und bekommt jetzt als Belohnung einfach zwei Bewegungen mit seinen Figuren, die er machen kann, dann wird sich aber dieser Schrein hier angeguckt, hier ist Gleichstand, aber gerade eben war Spieler Rot noch ehrenhafter als Spieler Gelb, jetzt hat sich aber Spieler Gelb hier diese extra Ehre geholt und ist jetzt damit der ehrenhafteste Spieler, wodurch, wir erinnern uns, alle Gleichstände werden anhand der Ehrenleiste aufgelöst, jetzt diesen Schrein hier Spieler Gelb gewinnt, Gleichstand, Spieler Gelb ehrenhafter als Spieler Rot und er bekommt Spieler Gelb diese zwei extra Roninblättchen für den Krieg und hier haben wir noch ganz klar einfach 2 zu 1, da würde natürlich Spieler Grün den Bonus erhalten, das wären in dem Fall zwei Münzen. Es sind wie gesagt die vier Schreine, die hier zum ersten Spiel vorgeschlagen werden, es gibt noch drei andere Schreine, die kann man hier vielleicht auch mal ganz kurz vorstellen. Wenn man diesen Schrein hier gewinnt, dann kann man einen Buschi aus seiner Reserve in einer beliebigen Provinz aufstellen, selbst wenn man dort gar keine Festung hat. Wenn man den blauen hier gewinnt, den Gott des Meeres, dann kann man eine der ausliegenden Jahreszeitenkarten kaufen, also sozusagen das gleiche nochmal machen wie bei der Aktion Aufrüstung und hier bei dem Grünen, da kriegt man Siegpunkte für jede Festung, die man auf dem Spielplan hat. Da wird es also plötzlich nochmal doppelt interessanter, wenn der Schrein mitspielt, Festungen zu bauen, weil man damit nicht nur neue Figuren auf den Spielplan bringen kann, sondern auch noch Siegpunkte generieren. Nachdem dann die Politikphase abgehandelt ist, wir insgesamt eben im Laufe der Politikphase auch dreimal pro Jahreszeit die Schreine gewertet haben, dann kommt ganz am Ende die Kriegsphase. Über die Reihenfolge der Kämpfe und so weiter habe ich ja schon gesprochen. Wir schauen uns jetzt aber mal einen dieser Kämpfe im Detail an und tun einfach so, als würde jetzt hier um die Region Shikoku gekämpft werden. Da hat momentan Spieler Rot, der Koi-Clan, eine Stärke von 3 und Spieler Gelb, der Bonsai-Clan, eine Stärke von 2. Und jetzt müssen beide Spieler ganz offen und ehrlich bekannt geben, vor Kampfbeginn, wie viel Geld sie momentan haben. Und dann sagt der Bonsai-Clan, ich habe momentan 7 Geld und der Koi-Clan sagt, er hat 6 Geld. Allerdings werden auch die Ronen natürlich noch, die sind auch kein Geheimnis, dass der Koi-Clan momentan theoretisch über 3 Ronen verfügt und der Gelbe-Clan nur über 1 Ronen. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Jetzt nehmen aber die Spieler ihre Münzen heimlich in die Hand und verteilen jetzt, hier müssen wir noch umdrehen, jeder dreht auch, man sieht, er hat ein Übersichtsplättchen mit politischen Aktionen und im Krieg kann man das dann umdrehen und hat dann die Kampfaktionen auf der Rückseite. Jetzt nimmt jeder der Spieler seine Münzen heimlich in die Hand und fängt an, die hinter seinem Sichtschirm, wenn er mag, auf diese Aktionen hier zu verteilen. Man muss natürlich nicht sein Geld verteilen, man muss auch nicht sein ganzes Geld verteilen, man kann sich auch Münzen in der Hand behalten und gar nichts hinlegen, wie auch immer, aber man wird nachher die einzelnen Kampfaktionen nur bekommen oder ausführen dürfen, wenn man die Mehrheit hat. Und jetzt gehen wir die vielleicht einfach mal der Reihe nach durch, weil nachher werden sie auch von links nach rechts durchgespielt. Es ist nämlich so, dass die erste Aktion ist das sogenannte Seppuku, der ehrenhafte Selbstmord. Da heißt es, wer die Aktion ersteigert, kann alle seine Figuren opfern und erhält für jede so geopferte Figur einen Siegpunkt und einen Ehre. Das ist also total ehrenhaft, sich im richtigen Moment hier zu Seppukun und damit schön vom Brett zu gehen und schön Siegpunkte einzuheimsen. Und so einen Kampf, wo man glaubt, den kann man eh nicht mehr gewinnen, doch noch zu was Netten umzuwandeln, weil man dann halt wenigstens mit jeder Menge Ehre und Siegpunkte vielleicht aus dem Kampf rausgeht. Aber eine ganz wichtige Sache, der gegnerische Spieler könnte auch diese Aktion einfach nur ersteigern, um sie zu blocken. Der Spieler Rot könnte jetzt auf Seppuku bieten, nur weil er will, dass ich nicht Seppuku bekomme. Das bedeutet nicht, dass er dann gezwungen ist, mit seinen Figuren Seppuku auszuführen, nur weil er das meiste Geld dahin gelegt hat. Er kann auch einfach Geld irgendwo hinlegen, um einen anderen Spieler davon abzuhalten, sich hier feige aus dem Kampf zu stehlen und kurz mal mit Seppuku dem eigentlichen Gemetzel auszuweichen. Deswegen ist die Reihenfolge, in der diese Kampfaktionen abgehandelt werden, eben auch sehr wichtig. Es geht immer los mit dem Seppuku, dann schaut man, wer hat das meiste bei Geiselnehmen geboten und der meistbietende darf dann, nimm eine Geisel und ein Siegpunkt von einem Spieler. Also man nimmt eine Figur von dem weg aus der Region, wo gerade gekämpft wird, stellt die einfach irgendwie erstmal hinter seinen Sichtschirm und klaut dem Spieler auch noch einen Siegpunkt. Das heißt, der Spieler verliert einen und ich bekomme einen. Die nächste Aktion im Kampf ist Ronin anheuern. Nur der, der das meiste Geld hier hingelegt hat, darf die Stärke seiner Roninplättchen zur Stärke in seiner Region hinzuzählen. Die Ronin werden dabei nicht abgegeben, sondern es geht wirklich einfach nur darum, kann ich sie aktivieren, werden in diesem Kampf die Ronin mitkämpfen oder nicht und sie könnten dann in einem späteren Kampf auch wieder mitkämpfen. Ich habe momentan einfach hier, er hat Stärke 3, er hat Stärke 1, eventuell als Ronin Zusatzstärke, wenn die jeweilige Aktion angeheuert wird. Dann wird als nächstes das Kampfergebnis abgehandelt. Das heißt, nach diesen drei Aktionen wird geschaut, wer ist denn jetzt hier wirklich der Gewinner in der Region und der bekommt dann das Plättchen. Es ist ja rechts auf dem Spielplan markiert, in welcher Region überhaupt wann gekämpft wird und da liegt ja auch ein Plättchen und das bekommt der Gewinner, weil das will man eigentlich auch haben, denn, das kann ich auch mal hier sagen, bei Spielende gibt es einen super starken Extra-Bonus, wenn man in vielen verschiedenen Regionen gekämpft hat, nämlich wenn man in drei bis vier verschiedenen Regionen gekämpft hat, zehn siegreich gekämpft, versteht sich? Das bedeutet, das zeigt man dann am Ende des Spiels mit der Anzahl der eroberten Plättchen eben vor. Wenn man in fünf bis sechs verschiedenen Regionen gekämpft hat, sind das schon 20 Siegpunkte, wenn man in sieben bis acht verschiedenen Regionen gekämpft hat, sind das schon 30 Siegpunkte und daran kann man dann eben auch immer schön erkennen, an welchen Regionen hat denn Spieler XY noch großes Interesse zu kämpfen und an welchen eher weniger. Natürlich bekommt man auch eine Kleinheit so, nämlich siegreiche Kämpfe im Frühling sind ein Siegpunkt wert, im Sommer zwei und im Herbst drei, aber noch viel entscheidender ist halt so ein bisschen, dass man halt wirklich schaut, auch sich in verschiedenen Regionen zu betätigen, siegreich zu betätigen, nochmal als Erinnerung. Und dann tatsächlich nach dem Kampfergebnis gibt es dann die letzte Aktion, die letzte Kampfaktion Kaiserliche Dichter. Da erhält man einen Siegpunkt für jede besiegte Figur. Das müssen keine eigenen Figuren sein, also auch hier kann ich in einem Kampf, wo der andere Gegner mit einer Übermacht in mein Land reingerannt ist und es wird ein blutiges Gemetzel ohne das Gleiche, wo ich aber schon kommen sehe, dass ich das verlieren werde, dann kann ich plötzlich jede Menge Siegpunkte rausholen, indem ich wie gesagt, quasi drauf wette, dass ich das hier gewinne und dann viele sterben und ich dann aber auch die Siegpunkte für die besiegten Figuren bekomme. Ich kann das jetzt einfach mal so tun oder nee, wir machen es mal so. Hunter, kommst du mal bitte, stellst dich da drüben hin. Du bist Spieler Rot, du bist gut aufgestellt, du hast sechs Münzen und drei Runden. Ich bin Spieler Gelb und habe ja, nur sieben Münzen. Ich habe zwar sieben Münzen, aber nur einen Rohden, wollte ich sagen und jetzt versuche ich das einfach mal. Wir tun jetzt einfach so, als würden wir uns nicht gegenseitig sehen. Genau. So, ich hätte es jetzt mal so probiert, das würden wir natürlich beide aufdecken. Zack, zack, jetzt sehen wir es. Sieht man, aha, ich habe einfach mal gedacht, das wird vielleicht eh Fenix, habe mich mal hier ehrenhaft geopfert. Hunter hat da gar nichts geboten, also würde ich meine Figuren jetzt tatsächlich opfern und bekomme dafür zwei Siegpunkte und würde auch noch zwei Ehre gut machen. Jetzt schauen wir bei Geisel nehmen, da ist Gleichstand, aber dadurch, dass ich gerade durch meinen Opfer und Ehre gemacht habe, bin ich jetzt ehrenhafter als Spieler Rot und dann darf ich auch noch eine Geisel nehmen und klaue jetzt von Spieler Rot einen Siegpunkt. Ronin anheuern tue ich nicht, das hat Hunter gewonnen mit zwei Siegpunkten und bekommt jetzt sozusagen seine Dreierstärke mit dazu, hat jetzt Stärke 5 in der Region, ich bin ja aber gar nicht mehr da, das heißt ganz klar, wer den Kampf gewinnt, ist hier der Koi-Clan von Hunter und am Ende, jetzt wird es spannend, 3-3, wieder ein Unentschieden, der ärgerlicherweise für den Koi-Clan wieder durch die Ehrenleiste entschieden würde, wo wieder eben jetzt durch diesen ehrenhaften Seppuku plötzlich Spieler Gelb der Ehrenhaftere ist und bekommt jetzt auch noch die Punkte für die besiegten Figuren, das waren die zwei durch Seppuku. eine Geisel ist keine besiegte Figur, die lebt ja noch, aber die beiden hier kriegen quasi nochmal Siegpunkte, nochmal zwei Siegpunkte für Spieler Gelb, das heißt Spieler Rot hat zwar die Provinz gewonnen und das Plättchen gekriegt, was einerseits cool ist, aber Spieler Gelb hat aus der Niederlage auch eine Menge Punkte und Ehre rausgeholt. Wichtiger Nachtrag noch nach dem Kampf, der die Verlierer, also die wo hier den Kampf nicht gewonnen haben, die werden alle Münzen, die hier als auf den Kampfaktionen geboten wurden, abgeben, die kommen in Vorrat zurück, aber die Münzen, die beim Gewinner liegen, also der den Kampf gewonnen hat, der muss jetzt all seine Münzen an die Verlierer verteilen. In dem Fall gab es nur einen Verlierer, das heißt ich würde alle Münzen von meinem Tableau hier Spieler Gelb in den Vorrat legen, bekomme dafür aber alle Münzen von Spieler Rot, es kann aber natürlich Getümmel geben, wo mehr als ein Spieler, mehr als zwei Spieler meine ich, um eine Region streiten und dann werden diese Münzen vom Gewinner an die Verlierer dann einfach möglichst gleichmäßig verteilt. Nach der Kriegsphase, wenn wir alle Kämpfe abgehandelt haben in der richtigen Reihenfolge, dann kommt es zum Abschluss und das ist ganz wichtig, jetzt werden alle Münzen und Ronin Marker wieder in den Vorrat zurückgelegt, das heißt jede neue Jahreszeit ist diesbezüglich eine Art Reset, jeder fängt dann wieder mit seinem Startguthaben an und auch wieder ohne Ronins und muss die neu versuchen sich anzuheuern. Auch die Shinto, die wir an die Schreine entsandt haben, wo wir jetzt mehrfach in dieser Jahreszeit dreimal da geguckt haben, wer die Mehrheit hat und ein Boni kriegt auch die Shinto-Kern jetzt nach einer Jahreszeit beten, wieder zurück nach Hause und können dann in der neuen Jahreszeit neu entsandt werden. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass natürlich alle Clans Spezialfähigkeiten haben. Der Schildkröten-Clan, grün zum Beispiel, hat Festungen, die auch Stärke 1 haben und sich wie Figuren bewegen können. Der Libellen-Clan ist 1 mit dem Wind, das heißt dessen Figuren können ohne Einschränkungen sich bewegen, also er kann quasi fliegen und er kann auch einfach sich in beliebigen Provinzen aufstellen. Der kann seine Figuren nicht nur da aufstellen, wo Festungen sind, sondern wo immer er möchte. Der Koi-Clan ist auch ziemlich verrückt, weil bei dem werden in der Kriegsphase alle Münzen als Ronin verwendet. Das bedeutet, zu Beginn der Kriegsphase tauscht er einfach seine Ronin gegen Münzen, hat dann im Idealfall einen riesigen Berg Münzen, den er entweder benutzen kann, um für Aktionen, Kriegsaktionen zu bieten oder um halt eine riesige Koi-Ronin-Armee im Hintergrund zu haben und zu aktivieren. Der Bonsai-Clan, bei dem sind einfach alle, wirklich alle Münzkosten auf 1 reduziert, nicht um 1, sondern auf 1. Alles kostet bei dem einfach 1. Und der Lotus-Clan, der ist auch ein bisschen verrückt. Wenn man diese Aktionskerzchen auswählt, dann hat man ja normalerweise einfach nur 4 Aktionen, von denen man sich entscheiden kann. Der Lotus-Clan hat eigentlich immer alle, weil das Aktionskerzchen, das er auslegt, legt er verdeckt auf die Politikleiste zurück und entscheidet sich dann einfach für irgendeine Aktion, die ausgeführt wird. Wir zeigen euch mal noch die Monster, die hier auch in den Partien von Rising Sun aufs Spielbrett kommen. Hier ist der sogenannte Jura, so ein Geisterwesen. Der gilt als Daimyo mit Stärke 2 und neben ihm ist der Oni des Hasses. Wenn er eine Provinz betritt, egal wodurch, besiegst du einen dortigen Bushi oder Shinto jedes Spielers mit mehr Ehre. Also man sieht diese Oni-Monster, die sind irgendwie drauf spezialisiert, dass sie für einen Clan mit wenig Ehre erst so richtig reinhauen. Dann haben wir hier links im Bild den Flussdrachen, kostet drei Münzen, ist aber auch fünf stark. Der Kollege rechts daneben kostet auch drei Münzen, nennt sich sympathischerweise Oni des Blutes. Der ist zwei stark oder vier stark, wenn man die wenigste Ehre in der Provinz hat. Weiter geht es nochmal mit zwei weiteren Onis. Links Oni der Seelen für zwei Münzen. Wenn du mit ihm ein Provinzplättchen eroberst, erhältst du zwei Siegpunkte für jeden deiner Oni. Also da lohnt sich es plötzlich, einen Haufen Oni-Monster in seiner Armee zu haben. Genauso wie bei Ende. Aber Oni der Arglis ist eben auch nochmal ein Oni, der drei Münzen kostet. Und da heißt es, wenn er eine Provinz betritt, egal wodurch, dann stielst du zwei Siegpunkte von jedem Spieler, der dort Stärke und mehr Ehre hat. Also auch da wieder setze ich das Oni-Konzept fort. Am besten für unehrenhafte Clans. Der Winter naht und schon ist er da. Und damit ist das Spiel auch vorbei. Und der Winter ist tatsächlich nur noch die Abrechnung, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe. Und die ist tatsächlich auch schnell. Da muss man keine Angst haben. Man darf jetzt einfach nicht vergessen, seine hellblauen Karten zu werten. Die habt ihr vorhin im Frühlingsbeispiel nicht gesehen, weil die dann erst in späteren Jahreszeiten kommen. Aber ich kann einfach mal, die erklären sich im Prinzip von selbst. Im Zeichen des Kitsune bedeutet, du erhältst drei Siegpunkte für jede deiner Festungen auf dem Spielplan. Für im Zeichen der Bestie kriegt man drei Siegpunkte für jedes Monster, das man besitzt. Und beim Zeichen des Phönix zum Beispiel drei Siegpunkte für jede deiner Tugenden. Also Tugenden sind die dunkelblauen Karten. Die hellblauen Karten sind keine Tugenden. Die nennen sich Winterbonus-Karten. Auch wenn sie im Prinzip blau und hellblau, weil das ein bisschen was mit Siegpunkten zu tun. Aber es sind nicht alles Tugenden. Und dann wird geguckt, natürlich kriegt man Siegpunkte für seine Provinzplättchen, die man erobert hat. Wenn ich im Frühling ein Provinzplättchen erobert habe, ist es ein Siegpunkt wert. Das steht an der römischen 1 auch zu erkennen. Wenn ich im Sommer ein Provinzplättchen erobert, ist es zwei Siegpunkte wert. Und wenn ich im Herbst ein Provinzplättchen erobere, ist es drei Siegpunkte wert. Das wird natürlich auch alles abgerechnet. Und dann, ganz wichtig, hatte ich ja vorhin gesagt, wird geschaut, wie viele verschiedene Provinzplättchen habe ich erobert. Und den Bonus, entweder 10, 20 oder 30 Siegpunkte bekomme ich auch noch oben drauf. Und wer dann die meisten Siegpunkte hat, der hat es geschafft. Der ist neuer Rising Sun Lord. Ne Lord ist er sicher nicht. Daimyo ist er dann. Der König des Fodalen Japans. Auch kein König. Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich muss ja wirklich sagen, ich hatte ein bisschen Skepsis am Anfang. Einfach nur, weil ich befürchtet hatte, dass es zu nah an Blood Rage dran ist. Und dazu kam dann auch noch der Pate, der ja so ein bisschen enttäuscht hat von Eric and Ray. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber enttäuscht auf hohem Niveau. Von daher war ich dann schon so mit so kleinen Vorbehalten bei Rising Sun. Aber damals schon. Ich glaube, ich hatte es auch schon erwähnt, als ich dann auf der Gen Con letztes Jahr so eine Demopartie gespielt habe. Ab da war ich eigentlich auch sicher. Das ist eigentlich unbegründet. Rising Sun ist auf jeden Fall keine Enttäuschung. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Es kommt, um gleich des Hauptpfads vorwegzugreifen. Trotzdem für mich persönlich nicht ganz an Blood Rage ran. Aber es ist eben auch ein anderes Spiel. Das heißt, selbst wenn man Blood Rage hat und selbst wenn man selber der Meinung sein könnte oder dazu kommt, dass es vielleicht nicht ganz so krass ist wie Blood Rage, ist es trotzdem noch absolut den Kauf wert, weil es eben so anders ist. Und zunächst einmal finde ich schon mal richtig cool, dass hier mal wieder ein Spiel es geschafft hat, es mit der Diplomatie, mit den Bündnissen so zu regeln, dass es auch funktioniert. Das ist gar nicht so häufig, finde ich, dass es Spiele gibt, wo man wirklich, wo Spieler Bündnisse schließen und es mechanisch gut funktioniert. Und was hier Eric M. Lang gut gemacht hat, finde ich, ist zum einen, dass es nicht so ist, dass du eine Bündnis hast dann fürs ganze Spiel, dass es halt immer wieder neue Bündnisse gibt und dass die Bündnisse in gewisser Weise gar nicht so stark sind. Also die sind, du bist zwar verbündet, aber erstens gibt es eine Aktion, um das Bündnis letztendlich auch zu brechen. Und zweitens heißt es jetzt nicht, dass du komplett zusammenspielst, sondern es sind halt nur so ein paar Sachen, okay, du bei Kämpfen, selbst da gewinnt dann einer von beiden, aber du fügst dir halt keine Verluste zu. Also es ist halt so ein... Der Bonuseffekt kann natürlich extrem stark sein. Der Bonuseffekt kann stark sein der Aktion. Also du profitierst relativ viel, ohne dass du sehr viel committest, so würde ich es vielleicht nennen. Und das ist interessant, weil das halt, das bringt halt viel Dynamik rein und hilft den Spielern auch in dieses, sag ich mal, Metagame reinzukommen, weil letztendlich kannst du hier natürlich ja abmachen, was du willst und Geld zahlen für irgendwelche Absprachen, die da nicht gehalten werden oder sonst wie was. Und das ist schwierig reinzukommen. Das würde ich auch sagen, ist grundsätzlich so, so eine Mechanik, wo die eigentlich regeltechnisch nicht definiert ist, wo halt man, das kann man nicht ganz sein lassen oder man kann die ganze Zeit nur irgendwelchen Leuten irgendwie Geld anbieten oder Sachen machen. Das ist ja komplett einem selber überlassen. Das ist natürlich schwierig, da reinzukommen. Da braucht man auch sicher ein paar Partien. Da hilft es vielleicht auch mit den gleichen Leuten öfter zu spielen. Aber das dadurch, dass eben trotzdem so eine Bündnismechanik drin steckt, hilft es halt reinzukommen, weil du bist schon mal verbündet und dann ist es so, mit dir mache ich jetzt kein Bündnis. Hör, wieso denn? Und du kommst halt einfach da rein. So, aber das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und den Kampf, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Wobei es mich ein bisschen an Cry Havoc erinnert, aber das ist natürlich auch positiv. Auch da fand ich das Kampfsystem, dieses taktische Kampfsystem, wo man dann eben einen logischen Schritt nach dem anderen abarbeitet und der sich auch untereinander so ein bisschen, ne, Geisel nehmen, hat was miteinander zu tun. So, das ist einfach ein schönes Kampfprinzip. Ohne Würfel gefällt mir sehr gut. Bei mir, ich hatte tatsächlich eingangs eine andere Befürchtung als du, weil ich hatte da ein bisschen aufgeschnappt in irgendwelchen, ich weiß nicht mal wo, aber ja, oh Gott, jetzt hat es Koolmini wirklich übertrieben mit, was man in seinem Kickstarter All-In-Pledge an Arsenal bekommt und was das Core-Game ist. Und das Core-Game, das ist, ist gar nicht so cool und richtig geil wird es erst, wenn man hier den ganzen Tisch mit allen 50.000, ich weiß gar nicht, was da alles noch mehr klar ist. Genau, weil wir haben natürlich, das haben wir glaube ich schon gesagt, ne, das ist natürlich das Core-Game. Das Core-Game, so wie es hier jetzt in Deutschland, im Vertrieb von Asmodee, Koolmini und Nord, die deutsche Version im Handel ist, ohne irgendwelchen Kickstarter-Schnickschnack. Es ist zu fünf spielbar, man sieht im Spielplan deutlich an, dass er für sechs Spieler ausgelegt ist, da ist noch ein Slot für einen weiteren Kampf, der nie geführt wird, wenn man dieses Core-Game hat. Aber mein Gott, und es gibt halt keine Auswahl bei den Clans, es sind halt die fünf Clans, die man hat und das sind glaube ich so Sachen. Und natürlich das Material, das ist hier auch schon opulent und das ist halt in der Kickstarter noch opulenter. Ihr habt es gesehen, die Festungen sind Pappblättchen, die sind im Kickstarter richtige Festungen, die Münzen sind noch wertiger, diese Nummerierungen um die Kämpfe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, durchnummerieren, sind richtige Fahnen, wo einfach die Zahlen draufstehen. Das ist alles nochmal ein bisschen klotz. Aber da jetzt zu sagen, das ist ein schlechteres Spiel oder so, weil man das ganze Zeug und das extra Zeug nicht hat, nein, überhaupt nicht. Das war tatsächlich meine Sorge. Oh Gott, haben sie es wirklich übertrieben? Es ist schon lange so, dass man mit dieser Kickstarter-Pledge natürlich einen Haufen Stuff kriegt und das ist hier nicht anders gewesen, aber das Spiel, was ich jetzt hier kennengelernt habe und ich kenne nur das Grundspiel, das ist für mich absolut genug Spiel und da ist absolut genug an Material und das ist wertig und alles ist toll und das war sozusagen meine Sorge und die ist komplett ausgeräumt worden. Ich hatte auch sehr viel Spaß mit Rising Sun. Ich hatte deutlich mehr Spaß mit Rising Sun als mit den Paten, um diese Eric M. Lang dicke Boxen Cool Mini or Not Trilogie, wie man es nennen will. Und ja, Blood Rage hatte den größeren Aha-Effekt damals. Blood Rage war, wow, was ist denn das jetzt, wo kommt das her und hat tatsächlich damit auch hier in den Testpartien in meiner Runde, gerade zum Beispiel bei einer Frau, wieder erwarten, stärker eingeschlagen. Die hat sich vom Blood Rage Cover damals eher abgeschreckt gefühlt und war dann regelrecht begeistert, was für ein Spiel sich dahinter versteckt und hatte jetzt auch wirklich wahrscheinlich dann, dass ich das auch angekündigt habe, hier, das ist von Blood Rage oder jetzt Japan, wow, geil. Und sie fand es auch gut, glaube ich, aber bei ihr ist dann der Funke noch weniger übergesprungen. Das heißt, es ist auch, es fällt zum Blood Rage vielleicht vom Aha-Effekt ein bisschen ab, aber trotzdem, ich finde, das ist ein wirklich tolles und gelungenes Spiel, weil du sagst, es hat toll viele Aspekte, die total anders sind als Blood Rage. Also, es ist eben nicht, hast du auch schon gesagt, es ist nicht einfach Blood Rage in Japan, sondern es hat wirklich ganz, ganz viele Unterschiede. Das Kampfsystem finde ich auch eine total spannende Sache mit diesem Bluff-Faktor. Und es führt mich zu einem der interessantesten Aspekte. Ich glaube, Rising Sun läuft zu Höchstform auf in einer Gruppe, die genau weiß, was sie hier bekommt und wie sie damit umzugehen hat. Weil die Mechaniken bieten hier sowohl die Verhandlungsmechanik wie auch dann die Kriegsmechanik, bieten wirklich einen Nährboden für Verhandlungen und Intrigen und in den Rückenfallen. Klar, die einfachsten Beispiele, gib mir drei Münzen und ich werde keine Geißel nehmen. Dann nimmst du drei Münzen, nimmst halt doch eine Geißel. Und schon entstehen halt Geschichten am Tisch. Und entstehen, gerade wenn man dann in einer Gruppe wiederholt spielt und dann, ja, hier, weißt du, letztes war halt der Bekäu-Clan, der traue ich ja gar nicht mehr, obwohl eine neue Partie beginnt und all das irgendwie Einfluss hat in das Spielgeschehen und die Leute Spaß haben an so einer T-Zeremonie und da streiten und debattieren und nicht einfach, komm, wir beide, ja, ihr beide, okay, Deal, los geht's. Sondern das ein bisschen auskostet, sich auch die Zeit dafür nimmt, dann läuft es richtig zu Hochtouren auf. Und wenn man quasi nur stur die Mechaniken runterspielt und auch quasi sich auch nicht den Gedanken macht, wie kenne ich denn jetzt mit einer kleinen Kriegskasse aus einem Kampf, da werden noch mehr, da steckt wirklich mehr drin, als man auf den ersten Blick denkt, auch eben in so aussichtslosen Situationen plötzlich wieder den Spieß umzudrehen, indem man halt im Auge hat, ja, okay, ich werde jetzt diesen ersten Kampf verlieren, aber dann kriege ich das Ganze, der wird sein ganzes Geld da ausgeben, mir dann geben müssen und ich habe dann für Kampf 4 und Kampf 6 bin ich dann besser und so weiter und so fort. Das sind wirklich viele faszinierende Elemente, die das Ganze hat und die mir sehr gut gefallen. Ich würde sagen, um nochmal aufs Thema Blood Rage zu sprechen zu kommen, es ist natürlich super, dass es anders ist als Blood Rage, das hatten wir ja schon gesagt, deswegen kann man es definitiv auch sich holen, wenn man Blood Rage schon hat und mal was anderes möchte. Man muss sich aber auch bewusst machen, dass hier so ein paar Sachen drin sind, die wirklich komplett anders sind und die, ich würde sagen, ich würde es nicht negativ ausdrücken, aber die zumindest zwiespältig manchmal sind oder wo ich manchmal so ein bisschen der Meinung bin, da sind natürlich auch Nachteile mit drin oder das ist vielleicht auch, trifft nicht jedermanns Geschmack, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Und dazu zählt zum Beispiel halt, dass bei Rising Sun die strategischen Möglichkeiten doch teilweise etwas eingeschränkt sind. Man hat zwar diese komplette Freiheit, sich irgendwie gegenseitig irgendwelche Deals anzubieten, aber was du eigentlich machst, wird sehr stark auch von den Mitspielern bestimmt. Eben dadurch, dass quasi bis ich wieder dran bin, mache ich ja alle Aktionen der Gegner mit, nur gedrungen, ja. Also die, die auswählen, wo ich keinerlei Einfluss drauf habe. Gut, ich kann versuchen, die zu bestechen, aber sonst habe ich keinerlei Einfluss, direkten Einfluss. Und es gibt ja diese Boni und so, wenn ich dran komme, aber der ist doch oft sehr klein. Und das bedeutet im Endeffekt, dass es eben keines dieser Strategiespiele sind, klassischen Strategiespiele, wo ich, wenn ich dran bin, wirklich entscheiden kann oder eigentlich permanent selber entscheide, was ich mache. Sondern die Gegner entscheiden sehr viel mit. Das muss man halt mit, das ist auch schön, das ist auch viel, aber das führt halt auch dazu, dass man natürlich auch ein bisschen, ähm, dass man ein bisschen Downtime hat, weil man kann nicht so gut vorhersehen, weil es kann einfach sein, bis ich wieder dran bin, haben die Leute irgendwas gemacht, was ich nicht vorhersehen kann, dann ist die Situation im Brett, sieht komplett anders aus und eigentlich kann ich dann wirklich erst anfangen zu überlegen, was will ich eigentlich jetzt machen, wenn ich meine vier Blättchen auf der Hand habe und sehe, okay, wie hat sich jetzt wieder die Situation komplett geändert, durch die letzte Aktion, die mein Mitspieler ausgewählt hat. Das muss man halt einfach bedenken, das ist, macht es sehr dynamisch, das Spiel und auch unvorhersehbar, aber es ist halt keine klassische Strategie. Das muss man halt sehen. Also Downtime hat das Ding wirklich jede Menge, man muss sich wirklich einen Tee kochen und die Zeit für so eine Tee-Zeremonie und all das drumherum mitbringen. Das Spiel braucht Zeit und wie du sagst, man kann sich erst sehr spät auf Züge und so weiter einstellen und reagieren. Das ist innerhalb eines Zuges, ja, wenn eine Aktion ausgewählt wird, der das hier ausgewählt hat, wird es einen Marsch und seine Aufstellung zuletzt machen, seine Rekrutierung und auch da jeder guckt, was der andere machen könnte. Passiert plötzlich sieht es komplett anders aus, ne? Das ist alles anders aus, als mache ich dann doch das und es wird alles, verändert sich die ganze Zeit und gilt da abgewichst zu werden. Wo ich eine andere Meinung bin, ist tatsächlich bei diesen Boni. Ich finde, teilweise sind die natürlich extrem stark, wenn du eine Ernte auswählst, auch bei einem Marsch, der Bonus eine Festung zu bauen. Stellen wir uns mal vor, die beiden Bündnispartner, ja, also eine Beispielrunde, skizzierst du so und der erste Bündnispartner nimmt den ersten Marsch, der zweite Bündnispartner hat den zweiten Marsch, was die dann für einen Vorteil und Vorsprung an Festungen haben und auch da, also man kann, auch da gilt wieder, wie du ja sagst, man hat manchmal das Gefühl, wenig Einfluss zu haben und ich glaube, in ersten Partien tut man das automatisch, aber dass man auch da wieder plötzlich dann noch mehr entdeckt, was hinter dieser Mechanik steckt, dass du dir sagst, hey, ich gebe dir drei Münzen und werde dir den Rest des Abends Getränke an den Tisch bringen, wenn du jetzt bitte Aufrüstung ausgehst. Das hast du mir noch nie angeboten. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, ob das mit den Getränken so regelkonform ist, bin mir nicht so sicher, aber warum denn nicht, weil man kann das ja auch jederzeit wieder widerlegen. Das Einzige, was durchs Reglement irgendwie vorgegeben ist, ist das mit diesen schönen Bündnissen, das finde ich auch wirklich clever gelöst und der Rest ist viel und da muss man, man muss erstmal natürlich diese Mechaniken kennenlernen, um sich dann auf so eine Meta-Ebene einlassen zu können und wenn da irgendwelche perfiden Fallen und Doppelfallen und Intrigen, aber Rising Sun bietet den Nährboden, den halt diese guten Spiele von der Art haben. Man kann, wenn man sich gut anstellt, all seine Freunde in einer Nacht verlieren. Auf jeden Fall. Und noch ein Unterschied, das ist auch wirklich nur ein Unterschied, den ich herausstellen möchte zu Blood Rage ist, hier haben wir asymmetrische Clans. Ich liebe Asymmetrie, gar keine Frage. Ich finde die auch interessant, das bietet natürlich auch Wiederspielreiz, weil du willst ja auch mal die anderen Clans ausprobieren, ja, Terra Mystical ist Größen, findest du super. Allerdings muss man natürlich hier sehen, dass die Fähigkeiten sind recht krass unterschiedlich und innerhalb des Spiels hat man dafür relativ wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Die Karten, ja, die geben einem so ein bisschen, die geben einem so ein paar Boni, aber das ist jetzt, finde ich, keine richtige Aufbaustrategie. Wie auch die Monster, so groß und opulent sie aussehen, sie sind jetzt nicht so die Game Changer. Das macht man klar nicht zu was komplett anderem. Wohingegen zum Beispiel bei Blood Rage das so ist, dass jeder eigentlich mit einem gleichen Stamm anfängt, mit gleichen Werten und dann sozusagen über das Spiel eben sozusagen eine Aufbaustrategie macht. Ja, ja, die sind ganz ähnlich und genau gleich, ich glaube, sie sind auch gleich, wenn ich mich richtig erinnere, hoffentlich stimmt das, aber ich... Aber ich weiß, dass du meinst. Und da baust du halt mit den Monstern, das bringt dann die Asymmetrie erst im Spiel rein und was ich damit nur sagen will ist, natürlich ist es so, dass es ist toll, so eine Asymmetrie zu haben, weil du willst natürlich dann die ganzen Clans mal ausprobieren und so, aber es führt natürlich auch dazu, dass man schon auch ein bisschen das Gefühl hat, ist das jetzt immer alles ganz perfekt balanciert? Und das ist immer schwer zu beantworten. Es fühlt sich natürlich schon so an, dass manche Spezialfähigkeiten ein bisschen leichter zu exploiten sind sozusagen, ein bisschen leichter auszunutzen sind als andere. Das muss man halt auch mögen. Ich persönlich bin halt schon auch jemand, der gerne auch Strategiespiele spielt, wo man zumindest am Anfang des Spiels gleiche Voraussetzungen hat. Ich liebe es, wenn wir am Schluss komplett andere Fähigkeiten haben. Aber ja, das war halt zum Beispiel... Ich finde es hier, es fühlt sich nicht schlecht balanciert an, will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, es ist sehr asymmetrisch und es spielt sich wirklich komplett anders. Und es macht halt einen Riesenunterschied, wenn jetzt der Libellen-Clan plötzlich einfach irgendwo aufstellt und der Schildkröten-Clan einfach mit seinen Festungen rumreitet. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und das muss einem halt klar sein. Ich mag tatsächlich immer Spezialfähigkeiten bei Clans, aber tatsächlich stimmt natürlich diese individuelle Ausgestaltung des eigenen Clans, die ist bei Blood Rage natürlich stärker ausgeprägt durch diese drei Leisten, die ich da auch habe, wo ich da rummachen kann. Und zusätzlich habe ich ja die ganzen Karten und die Ebene mit den Karten. Gibt es hier in leicht abgeschwächter Form im Prinzip auch, aber es fehlen halt die Leisten. Also das heißt, es ist halt hier... Die Karten hauen nicht so rein, gefühlt so. Ja, aber es ist auf jeden Fall der Reiz natürlich da und das bieten dann ja halt diese Spiele, die das in ein anderes System nicht bietet, wo die Ausgangslage eher identisch ist. Es ist halt hier immer, oh, ich möchte auch mal Koi, ich möchte auch mal, sei es allein dieses, wie bei Terramistica oder Gaia oder eben auch hier, dieses Durchschnuppern durch die einzelnen Clans und wahrscheinlich, wenn man dann eine Kickstarter-Blatch hat, ich weiß nicht, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Ich wette, da gibt es wahrscheinlich dann nochmal ein paar Clans zur Auswahl, stelle ich mir zumindest einfach mal so vor. Oder gibt es dann nur die sechste Spielersparme? Das weiß ich jetzt vielleicht gar nicht. Naja, viele Geheimnisse, die Kickstarter-Version noch hat, die wir auch nicht kennen, aber gut. Was ich vor allem ein bisschen schade finde, muss ich sagen, ist, dass kein thematisches Beihäft dabei ist, weil es werden diese schönen Geister und Onis und was weiß ich, die werden relativ wenig erklärt, wobei Blood Rage, da habe ich viele Sachen ja wiedererkannt, das kannte man halt so aus der nordischen Mythologie. In der japanischen kenne ich mich halt einfach nicht so gut aus, es fühlt sich so an, als wäre das auch, als wäre das alles irgendwie mythologisch Hand und Fuß, aber leider im Spiel selber wird es nicht so richtig ausgebreitet, was das jetzt im einzelnen Dachsparme ist. Aber bei Blood Rage gab es auch kein thematisches. Ne, gab es auch kein, aber da wusste man halt selber mehr drüber. Also das stimmt, ja, da gab es das auch nicht, aber da habe ich halt vieles wiedererkannt und hier kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Das wäre schön gewesen, vielleicht gibt es das aber auch irgendwo online oder so. Wenn ihr da was kennt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ja, also das war unsere Rezension. Alles in allem, trotz dieser paar Punkte, wollte ich doch mal sagen, ich finde das Spiel auch hervorragend. Kommt nicht ganz an Blood Rage ran, aber das muss es vielleicht auch nicht. Dafür ist es eigenständig, das ist auch ein großer Wert. Und ja. Mir geht es ja ganz ähnlich. Also ich bin auch von der Eigenständigkeit eher positiv überrascht gewesen, weil hier wirklich so viel anders gemacht wird. Es ist auch ein Area Control Spiel, aber mein Gott, es gibt zig Area Control Spiele und das hier löst wirklich viele Dinge anders. Es hat dann Miniaturen und man streitet um so Länder auf einem Feld. Ja klar, das sind die Gemeinsamkeiten, da gibt es noch ein paar Karten, aber sonst läuft der Hase hier wirklich völlig anders ab. Aber auch bei mir, glaube ich, ist es, was heißt glaube ich, ist es hinter Blood Rage im persönlichen Ranking ein bisschen anzusiedeln, aber trotzdem deutlich vor der Pate in meinem persönlichen Geschmack. Definitiv. Und von daher absolut keine Enttäuschung. Im Gegenteil. Ich glaube für bestimmte Gruppen und manche Spielertypen ist das hier das absolut Gelbe vom Ei, weil die da richtig aufblühen können in so T-Phasen und so Intrigen spinnen und Angebote machen und bestechen. Und für manche andere ist es dann vielleicht ein bisschen weniger und die werden mit Blood Rage glücklicher. Ich glaube, da muss man einfach, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie mal an den Tisch dazusetzen, dass vielleicht, wenn man da Zweifel hat, trotz unserer epischen Rezensionen hier immer noch Zweifel hat, dann einfach mal gucken, dass man in der Partie mitspielt, wenn das irgendwie möglich ist. Ansonsten hoffen wir, dass das ein bisschen geholfen hat bei der Kaufentscheidung. Ist das jetzt was für mich oder nicht? Genau. Und ich würde es als absoluten Abschluss auch noch sagen, für mich persönlich liegt es auch deutlich noch über Cry Havoc. Da habe ich eine Solo-Rezension dazu gemacht, weil da gab es dann doch auch so ein paar Probleme. Also auch das ja an Miniaturen, Area Control Spiel mit ähnlichen Kampfmechanismus. Also auch da würde ich sagen, Rising Sand definitiv das ausgereiftere Ding. Ja, vielen Dank fürs Zugucken, fürs Durchhalten, fürs Unterstützen auf Patreon, fürs Unterstützen über die Partner-Ninks und natürlich fürs Abonnieren und positive Werten. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss.